Hallo zu Leute zu einer weiteren Folge GTTT, heute mit vor allem den tollen Super-Duper-Leuten, nämlich Eridelo-Büge-Schiri, Magnus-Gix-Frigo, Nico, Garryl und mit dem Josh, guten Tag. Hallo, ich hab was für dich, Laura, bleib mal hier. Und nicht zu vergessen, ein Semikolon. Ich hab echt nicht so gute Sachen, aber du kannst das haben. Ich hab irgendwo was gedrofft, er ist nicht irgendwo unsichtbar. Äh, was ist das hier im Gang? Ich hab's! Ja, hast du das? Wir gucken und du mal was hast du raus? Reif! Ich habe Angst vor dem, was gleich passieren wird. Mach das! Da trinkt jemand... Ich fühl mich sehr unkonkau... Ich hab ein Messer! Oh scheiße, da läuft ein verrückter Messer hinter mir her! Viel Spaß, David! Ich hab ein Messer! Da... Da ist nicht immer schön... Ich bin ein gemeiner Mensch, ich versteh schon. Oh! Sorry, ich hab mich einfach da, Karryl! Sind, finde ich, alle irgendwie gemein? Hm. Ich glaube, diese Wanne bin ich extra gemein. Klingt gut. Ähm... Oh nein! So ist jemand, ist da eine Ex-Person gestartet? Ich hab außer sich geschossen! Ich wurde außer sich geschossen! Ich wollte das nicht! Taylor, das war super! Nein! Ich wollte das nicht! Ich wollte das nicht! Du hast deine eigenen Tochter mal wieder getötet. Okay! Auf mich wurde angepisst! Auf mich wurde angepisst! Was? Okay, Frigo, erklär sie dir. Sag doch mal. Ich glaube, ich werde sterben tatsächlich in Kürze. Meine letzten Worte, die werde ich ganz gewiss formulieren mit den folgenden Worten, die ich eigentlich von mir geben werde. Ich glaube, Frigo, du wurdest vergiftet und mich angepinkelt, aber... Ha! Also seine letzten Worte waren, dass er bald seine letzten Worte... Ja, was war der? Ist hier hinten! Hier hinten! Komm! Ja! Ich hab Frigo, hat angefangen zu viel zu rauchen! Ist doch hier irgendwo runtergefallen! Das ist nicht so ruhig, Magnus! Oh! Ich weiß nicht, wo! Ich weiß nicht, wo! Das war ja nix! Oh, der Shot war nice! Oh! 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 Eri! Ich weiß genau, was du da hast! Komm bitte zu! Oh, dein! Ich will dich wieder hier haben! Magnus, ich verfasse! Oh, du suchst doch! Du musst ja nicht sein! Sag jetzt, äh, ich bin, ich bin dumm! Au! Ich dachte, du bist Toast! Der ist ja Toast! Vor der Premiere-Mail! Oh! Ja, schau doch aus! Äh, ja, hallo! Warte mal! Warte! TNT-Regel! Josh, ich zeig dir die Karte! Du kennst die bestimmt noch nicht! Hallo! Jetzt! Hallo! Oh, das Map-Secret wurde aktiviert! Ja! Das ist ja schön! Ähm... Erstmal blink! Warte, Eri! Kann mich nicht blinken! Eri! Okay, dann nicht! Eri! Dann blink ich mich nicht! Eri! Ich hab Fricke gefunden! Ja, das gibt's ja nicht! Ich darf nicht blinzeln! Wer hat den denn wohl erschossen? Unschuldig! Jaaa! Das sagen sie alle! Danach waren sie schwanger! Das ist das meiste Problem für mich! Ja, okay! Aber nachdem man schwanger wurde, kann man ja auch nicht mehr unschuldig sein! Ja! Das ist ein Argument! Mhm! Das ist ein... Aua! Fräulein Carol, sie sind übrigens... Magnus hat mich vergiftet! Magnus ist böse! Sei froh, dass ich so nett bin und dir das sage, ne? Das ist unglaublich! Ich weiß nicht, dass ich vorher schon was gesagt habe, das war nicht das nette Map-Secret, da kam nämlich TNT von oben nach oben! Du! Danke, Magnus! Immer gerne! Hab mit 20! Immer gerne! Ne, du hast jetzt nicht auch noch wirklich überle... Also, du bist... Ich nehme an, du bist jetzt tot! Hallo, Yoshi! Lass mal zusammen abhängen! So, okay! Ah, 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 ah! Ah, danke! So, ähm, wo haben wir denn jetzt hier... Hallo? Hallo? Wo seid'n ihr? Hallo? Hallo? Ruhig da, wo du bist! Hallo? Aua! Hör'n sie doch auf! Nein! So, das war die Koksleim und jetzt geht's weiter. Ich setz' mich jetzt in mein Zelt. Ja, das ist etwas schön. Ne. Okay. Hallo Herr Lava. Aber ich halte mich mal ein bisschen von ihnen fern. Magnus? Ja, bitte? Was bist du? Ich bin ein Toast. Brot? Ah, nein, nein! Da steht Traitor! Ach, Mensch! Ach, schade Schokolade! Gibt's denn sowas? Ich weiß nicht, was meine Klasse ist. Du weißt nicht, was deine Klasse ist? Also meine... Nämlich meine Heldenklasse eigentlich. Ich glaub' die 3C. Ach, meine Heldenklasse! Das andere weiß ich sogar! Ähm... Wo bist'n du jetzt? Oh! What? Ich hab' die leise erschrocken. Du aufgehangen hast. Du hast... Ich hab' hier niemanden aufgehangen. Aber da bist du auch grad vorbeigelaufen. Ja, gerade! Vor einer halben Stunde! Lauf den Berg hoch! Ja, ich bin jetzt ja ganz oben. Das ist jetzt ein bisschen blöd. Nein, bist du nicht. Doch, ich bin jetzt wirklich... Ich glaub' weiter hoch geht's nicht. Ja, aber du bist nicht auf dem Berg. Du bist in der Höhle. Ja, also... Ja, man kann auch päpstlicher sein als der Papst, ne? Also wirklich. Sooo... Nein! Was heißt hier nein? Guck' ich jetzt hier hoch? Ich geh' nicht hoch! Das ist auch der... Doch! Da war Lava. Ja! Oh! Äh, Magnus, ich hatte wirklich mit 20 HP überlebt. Das wollte ich nämlich sagen. Ja, das Trait hat jemand auch nicht verdient, ihn zu gewinnen. Ne. Auch wenn ich Magnus gern hab. Schiri ist einfach unbesiegbar. Wenn sich jemand gegen die Regeln... Ich geh' unten an der Treppe, Schiri steht oben auf der Treppe und sie one-shottet mich. Ja, das... Das dachte ich mir auch, so. So, ich... Ich drück' Schiri... Das sah so insane aus, so. Eri, voll drauf! Schiri! Kaboom! Kaboom! Ja, Schiri... Schiri hat einfach so'n... so'n... Engel hinter sich, der alles killt. Bei mir hab' ich Schiri mit der Shotgun, mit der Siegel getroffen. Schiri ist einfach nicht zen mit der Shotgun. 50 HP Schaden. Ja, das auf jeden Fall. Ich steh' unten an der Treppe. Äh, ich hab' Schiri nicht mal gesehen. Sie war gar nicht in meinem Sichtfeld. Und shot. Da dachte ich mir so... Nett. Aber den schönen Schuss hatte ich auf Carol. Als ich oben auf dem... Vulkan stand und ich schief' Carol am anderen Ende ab. Na... War ich tatsächlich nicht. Oh doch, ich hab' Außer Seen gemacht, Leute. Alia, ich hab' mich Außer Seen gemacht. Das hab' ich Außer Seen gemacht. Das zweite Mal in zwei Runden, dass ich diesen Duds höre. Und bei beiden glaub' ich's nicht. Ja, hä? Wie hast du Dale gesagt? Das erste Mal. What? Jetzt werde ich für Dale schon Tatenverantwortlich gemacht. Juri, wo bist du? Bitte was? Du hast vorhin gesagt, ich hab' Gigi's Außer Seen getötet. Außer Seen geschossen auf das TNT. Jetzt werd' ich dafür beschuldigt. Siehst du, ich hab' einen Hund. Du hast einen Hund. Aua, ich hab' einen Hund. Wof, 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 wof. Wo bist du? Oh Gott. Oh Gott. Ja, fast tot. Mach' ich fast vom Berg gefallen, ne? Wenn ich involviert sein. Davor hatte ich grad' eben Angst, ich hatte nur noch 20... Oh, du bin! Wapplen! 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 Iri schießt übrigens. Du hast mich zuerst angeschossen. Ja, das ist sogar physikalisch korrekt, ja. Warte! Nebel! Ich hab' dich nur angeschossen, du mich angeschossen. Nein, gleich warte. Ja, 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 ja. Nee, wir sind ja. Ich dachte, der Rauch gehört irgendwie zu der Inklusion. Ich weiß nicht, wer der Schuldige war. Der Schuldige? Iri war der Schuldige! Wofür? Das glaub' ich nicht. Halt' ich für'n Gerücht. Das war ein Freund zu mir, der hat mich umgebracht. Ich hab' nichts anderes. Benno, du kannst bezeugen, dass ich nicht der Schuldige war. Das war ne schöne Tür! Tschüss Markus! Nee, nee, nee. Kannst du Berns sagen, du nächstes Mal leiser die Tür schließen, wenn er rausgeht? Ja, wenn er das nächste Mal da ist. Au! Au! Ich wurde angeschossen! Oh, jetzt haben wir nicht nur einen Hund, sondern auch noch einen Wolf. Au! Au! Oh! Du darfst doch nicht sagen, wie schön, dass immer alle Leute Spastiken zu kriegen, äh. Es ist unfair. Ich bin nur runtergefliegt. Oh! Das, das... Wer das Leben gerettet hat. Was? Das war ja jetzt sehr unspektakulär gerade. Rego, du bist so warm. Hallo. Hey! Lass mich in Ruhe! Ich will die doch nur von da weg bringen! Kapui! Ich... ich war's nicht. Kapui! Kapui! Wie, 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 wie! Wie, 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 wie! Es ist nicht... gradisch. Mich hat die Fucke gerade erschrocken. Alles noch eine Second Chance machen muss. Oh! Ich war's bra! Daylo war'n Zombie! Ja! Ja, Daylo wollte mich töten! Aua! Ah, ich war mal Wacke! Oh! Sorry, 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 sorry! Ah, sorry, 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 sorry. 36 HP, ich war schon low! Yaaa. 2-Jicks war traitor. Okay. Er hat Wagner's getötet. What?! Okay, wirkt es noch grasser als das... Ich hab die Pro Labo bei... ... Ich fühl mich grad irgendwie wie... Warum fangen die an zu singen? Ich weiß es nicht. Weil ich schneller bin. Wer schwamm denn hier grade? Da kam grad ein Kopf aus dem Wasser. Nein, da kam kein Kopf aus dem Wasser. Ah, sie ist ne... Fliiigo! Fliiigo? Ist ein Zombie. Fliiigo? Ist ein Zombie. Oh, Ende. Heißt du am Nekro? Ja, haben wir schon länger, aber... Wer kann denn nur der Nekro sein? Oh, keine Ahnung. Ne, du war auch schon Zombie. Ey, Juii. Oh, das war mal glücklich, dass da wo du gestorben bist eine Märtyrer war und nicht da wo eine Leiche lag. Absehen. Was ist denn das hier für ein... Den hab ich grade gebracht. Ja, okay. Ist da noch ein Pünktchen drin? Der gibt die bestimmt schnell raus. Keine Ahnung. Dann würde er drunter stehen, wenn du drauf guckst, ob da noch Punkte drin sind. Nein. Äh, da ist noch einer! Wo? Wo? Oben, oben, warte. Da oben, da oben. Tello, Magnus, Nico. Einmal von denen. Ah, da bist du. Wo bist du hin? Neben dir. Hm, da ist auch nicht viel mehr Muni drin. Hm, da ist auch nicht viel mehr Muni drin. Ah, Muni. Hm. Hm. Nee, glaub ich nicht mehr. Schade. Hm. Auch nicht über mir. Bitte. Hm. Okay. Wo ist er drin? Äh. 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 Was? Äh. Oh. auch nicht der noch waffe wechseln wenn hier ein muni in den waffen wäre ein schöner minecraft morgen ich war heute drei rollen ich bin gestorben weil mein float auf einmal nicht mehr ging kristall war noch da und meine sachen auch noch weil es lag auch nicht am revive weil ich habe es ja danach noch mal genutzt ich war ja in der luft und bin dann einfach geradewegs runtergekracht aber der falsche an der seite wurde noch angezeigt was falsches gegessen erst mal die key bindings ändern ja jetzt weißt du bist du mir josh hielt mich an und ich habe alle tasten auf meiner tastatur gedrückt außer die taste für die fähigkeit hätt ich machen können wäre auch noch im sinne meiner klasse gewesen aber ich glaube das ist keine gute idee doch 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 wo ist der ausgang boah ok hallo krio einen schönen guten tag oh das ist eine coole rolle ich bin in der klo rolle ich bin eingeschossen ich weiß nicht von wo eine klo rolle ich glaube das war keine gute idee das war crap das war crap ich war viel an wenn es eri nehmen können ich stehe hier ja eri war eh noch eri ist gut 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 weiss ich nicht wir brauchen noch das erste war dass wir alle schneller sind ja was war das zweite da ist wir uns überheilen also dass wir uns von allein heilen wenn man sein kristall wieder eingesammelt hat gibt es so eine recharge type bis man den wieder setzen kann ach so da war jemand gerade der war bei uns mein kristall ist weg da ist frigo das ist nicht gut das ist natürlich nicht gut ich muss mein kristall beschützen einen wunderschönen guten tag gixi ich hoffe du hast einen wundervollen abend gehabt bisher ich kann auch so gut springen bei dem tempo vorsicht wow das war knapp ich hab nicht mal geschossen Firi ist Firi ist äh Sniper rum was ist sie was ist sie die ist supervillain die hat mein kristall aufgefordert superwilliam ich will trotzdem noch wissen was sie ist oh nein oh fast er ist offen oh superwilliam schon wieder aber was ist denn william ja ich weiß nicht besonder ich weiß nicht wer da gerade war sie haben von der luft gefallen Eilen TNT Eilen 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 Du schaffst was körper Ich hoffe jetzt die runde nicht kapatt ist weil Josch hab immer wie mein Pirat angezeigt ich hab das ist ist bestimmt normal ich glaube auch okay ich muss noch kurz fragen Nein. G-Jix! Ach, die auch. Oh, wow, 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 was ist mit dir los? Shiri! Hi, Friggo. Wo bist du denn hin? Die ist ins Zelt, glaub ich. Ah, Roller-Mine! Mein G-Jix is insane. Ich komm hier nicht hoch. Ich komm hier nicht hoch. Ich schwimm jetzt einfach weg da. Eben, Shiri ist als Kristall. Ja, aber warum? Nur weil sie dein Kristall kaputt gemacht, heißt nicht, dass sie nicht in das Set ist. Ah, ich bin angeschossen! Also ich geh jetzt einfach. Ich auch. Ist das hier alles zu blöd? Joschi, lebst du eigentlich doch? Von wem, Dedo? Nee, der wurde aber auch schon konfirm. Nee, der hat, der ist ja auch seine Leiche. Oh, züttelung, züttelung. Wow. Au, 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 au. Carole, du hast mich angeschossen. Warte, warte, warte! Ich bin verwirrt. Ok. Siri, dann tut's mir echt leid. Ich glaub, die Runde ist ziemlich... ...chaotisch. Ich glaub auch. Ich hab keine Ahnung. Das ist vollkommen Eri. Oh Gott! Wie? Jeder muss mindestens einmal dieses Blitz gemacht haben. Ja. Ich will mich hier in der Z-Gruppe dazugehören. Wer ist denn jetzt? Wer ist denn jetzt? Irre. So, jetzt mal noch den Bullet drauf machen. Ja, das ist wohl richtig. Eri. Börst du dir gleich denn noch? Eri. Oder wer immer da grad noch grade eben von den Drei überlebt hat. Gut, Eri. So passiert. Oh, leider nicht. Nein? Lebt denn der alte Eri Michael noch? Ja, ich lebe noch. Hallo. Achja, ach mach ich doch. Entschuldigung. Das freut mich. Dann hat Deilum... Kurz vor uns Eichelt. Ich muss Schere beerdigen. Ich nehme an einen Smoke-Grenade. Blitz! Schmück, 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 schmück. Ja, noch mal so. Brauchen wir mal. Klack, 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 klack. Okay. Vielleicht kann ich die Leute so einschütteln. Ich brauche ein Beerdigungs- Hm. Oh, schütt, was ist passiert? Schere, es tut mir echt alt. Der letzte Tee ist, glaube ich, ertrunken. Nee, der Nekro. Der letzte Nekro. Der letzte Nekro. Hä? Ja, hm. Ich überleg dir, wie es wäre, wenn man TTT mit 100 Leuten spielen würde. So 5 Necromancer und so. Das ist ja voll cool. Ich würd sagen verwirrend. Überhaupt nicht. Ich glaub, das war einfach nur noch pures Chaos. Und irgendwann hat einfach jeder tiltet. Ich glaub nicht, dass das Spaß ist. Ich glaub nicht, dass das Spaß ist. Ich glaub nicht, so ein 100-Personen-Spielmodus mit 50% Schere, 50% Jekyll. Und du musst dir 100%ige Mehrheit holen. Ach so. Ach so. What the fuck. Das ist ziemlich cool. Das ist eigentlich wirklich cool. For real. Ich weiß nicht, das erinnert mich irgendwie so ein bisschen an... Deine Schulzeit. Genau. Ja. An die Wahlen? Als wir damals Leute verprügelt haben. Und jeder mit einer roten Nase war halt im roten Team. Und jeder mit einem blauen Auge im blauen. Oh mein Gott. Fuck nur. Ich wusste gar nicht, dass wir in derselben Schule waren. In welchem Team warst du? Das Brandenburg-Things. Ach so, krieg dich doch. Das gute alte Brandenburg-Things. Das gute alte Brandenburg in Köln. Ich bin tot. Wer auch immer Chaos gemacht hat. Ich hasse dich. Ich mach dich kaputt. Ich mag die Person trotzdem noch. Was ist da passiert? Ich bring dich nach Brandenburg. Ähm. Ich bin... Das ist nicht weit weg. Willst du mich besuchen? Komm Köln. Das ist hier um die Ecke. Magnus, was zur Hölle machst du da? Ich wollte da hoch und jetzt ist ja was explodiert. Das ist eine Frechheit. Kann ich zaubern? Ich wollte da reden. Oh. Benutz grad Wolltaren. Ich zauber. Ich glaub, ich wäre eher gesagt Fanfall. Oh, es schwimmt jemand in der Lava. Oh nein. Oh nein. Es wird verdettert. Ich geh ein Huhn. Oh, ein Huhn? Wo? Du schaffst das? Ja. Das frage ich mich halt gerade auch. Aber ich weiß es nicht. Oh nein. Oh Shiri. Oh. Du brennst. Karel ist böse. Es war wohl nicht mehr böse. Du hast mich angeschossen. Also ich wurde vergiftet. Oder ist du... Was ist mit Magnus? Magnus kann... Das ist nur ein Shiri. Was ist mit mir? Da brennt was. Das ist Shiri. Das ist Shiri. Ich möchte nur Shiri äh... aus dem Feuer ziehen. Die arme Shiri. Oh ne. Lass die einfach brennen? Oh ne. Die ist ihm da gefallen. Du kannst ja auch gerne probieren. Äh, Dale. Die Treppe hoch nicht gehen. Da ist das Huhn. Oh fuck. Eri. Eri hat ihn ins Wasser geschossen. Eri ist böse. Ja, ins Wasser ist ja nicht problematisch. Ist das auch böse? Nein, nein. Du hast Wasser gesagt. Ich hab ihn ins Wasser geschossen. Nein, nein. Hat gebrannt und ich wollte ihn... Guck, er war Spy. Lumpfen fort. What? Ja, Eri ist böse. Übrigens nur als Info. Warum haben wir denn schon wieder einen Spy? Eri ist böse. Eri ist... Ist das richtig Magnus? Was? Du bist grad sehr seltsam. Du hast sehr viele Anläufer gebraucht, die Treppe zu nehmen. Ja. Eri hat... Ich hab 1,7-Fahrige Gewinnigkeit. Weil er... Weil er... Ich nicht die Lava gestoßen hat. Tricky. Ist Carol auch böse? Ja, aber wirklich. Ja, aber wirklich. Der Spirit ist erstmal weg von der Karte. Ja. Ja. Carol auch. Wirklich, ne? Das war funny, wie ich da rein geforfen hab. Ne, das war böse. Ja, aber das war auch funny. Das ist ein Magnus. Oh. Ey, wir haben einen Zombie. Hallo. Nein! Doch! Scheiße! Oh! Heiß! 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 Ich krieg auch in die Lava. Okay. Mir geht's gut, den Umständen entsprechend. Ich benutze kurz Voltaren, warte kurz. Ja, gut, okay. Reib, 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 reib. Mir geht's wieder gut. Ja, Wirklich, wer böse. Das freut mich. Hm. Weißt du, ich möchte mich verurteilen, nur weil ich... Kannst mich mal. Wirklich lebt wieder? Kannst mich mal. Hm, wollte ich gerade in meine Gang vorhören. Ich will nicht in deine Gang. What? Warum? Warum das denn? Hört ihr auch die ganz viele Bloop-Geräusche? Joschi! Ah! Suck, Sucker! Ich hab's nicht mal gesehen, wer da auf mich schießt. Also lebt jetzt nur noch Zombies oder lebt doch noch der... Ich weiß nicht mal, wer versucht hat, mich wieder zu überleben. Ich glaub, ein Zombie lebt noch. Ja, ich hab ihn. Warum schießt der Zombie auf mich? Ach ja, ich bin... Ich bin... Ich bin innocent. Ich kam einfach da hoch. Ich wollte Erichs Reile strümmten, aber... Tut mir leid, Magnus. Ich wurde angesnipet genau aus der Richtung, wo du weggesprintet bist. Und ich so, ich bin mir jetzt so sicher, weil es sind noch so viele Böse da. Ja, der muss es jetzt einfach sein und bin dann runtergetraut mit meinem LVP. Feko, ich bin, als ich mich angegriffen hab, bin ich runtergefallen und in einem Fallschaden gestorben. Ich bin auch in einem Fallschaden gestorben. Ja. Ich bedanke mich auf jeden Fall für's Zuschauen dieser Folge. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao, ciao. Bye. Tschüss. Miau.